Hallöchen! CD-Player brauchen Sie jetzt nicht mehr! Spielkonsole können Sie in Zukunft darauf verzichten. Videoplayer kann aufwäckern. Diaprojektor steht von gestern. Denn der Philips CD-Player kann nicht nur Ihre Musik-CDs abspielen, sondern auch Videospiele und Spezialprogramme. Kinofilme und Musikvideos! Und sogar Ihre Urlaubsdias. Philips CD-E. Vier in einem. Das ist Wahnsinn! Heute wird New York befreit! Dazu brauche ich meinen CD-Player und den Chaos Control. Na los! Ja! Weg da! Hoch! Mann, die sind aber auch schnell! Treffer! Chaos Control auf Philips CD-E. Das ist ja Wahnsinn!